Es geht weiter mit etwas ganz anderem. Natürlich haben wir bei uns auch eine Schlagzeugabteilung. Insgesamt Klaus-Wiedelschüler werden wir so haben. Also 20 Schlagzeuger, die monags, dienstags und freitags bei uns für krachsorgen. Und den richtigen Groove. Und der Klaus spielt jetzt mit seinem Schüler, dem Sebastian. Ein Snare-Duett. Viele sagen immer, mit Schlagzeug kann man keine Musik machen. Und man kann auch nicht nach Lohen spielen. Der Sebastian will uns jetzt mal beweisen, dass man auch mit der Trommel nach Lohen spielen kann. Ja. 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 Oh, 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 oh! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018